Es gibt eine Million Beispiele dafür, dass Typen wie Kirk schöne Frauen abkriegen. Und zwar? Lyle Lovett und Julia Roberts? Genau. Richie Sombauer und Heather Locklear. Und danach ist er weiter zu Denise Richards. Ja, das sind alles Künstler. Normale Regeln gelten für solche Leute nicht. Kirk, solltest du mal ein eigenes Album aufnehmen und es gibt Platin. Kannst du deinen Schwanz in jede Person stecken, in die du willst. Okay, okay. Äh, King Kong und Naomi Watts. Die hatten niemals Sex, eine total platonische Beziehung. Stephen Hawking und seine Krankenschwester. Er ist der Meister von Raum und Zeit. Hey, was ist mit dem französischen Präsidenten und dieser Ex-Star von Mick Jagger? Der kennt sich mit Wein aus und spricht fließend Französisch. Wartet eine Sekunde. Das Biest. Wer? Das Biest. Von die Schöne und das Biest. Das Biest gewann die Liebe der Schönen und der war nicht reich und bestimmt kein Künstler. Auch wenn er eine Wahnsinnsstimme hatte. Das Biest. Von der Schöne undянsmischen Beziehung заметte. Untertitelung des ZDF, 2020